Hi und schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Giannini und ich freue mich riesig, dass du hier bist beim Asima Adventskalender. Ich bin so froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier mitzuwirken und habe mich auch riesig gefreut und habe auch deswegen extra eine kleine Pause von meiner Pause eingelegt, weil diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen mit so vielen tollen ASMR-Künstlern, diesen Adventskalender für dich zu zaubern. Und ich hoffe, du hast die vorherigen Videos schon gesehen. Wenn nicht, ich verlinke dir die Kanäle unten in der Infobox. Und auch das morgige Video, welches ASMR mit Simon macht, verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Und ja, jeden Tag, 20 Uhr, ein ASMR-Künstler mit einem Adventskalender-Türchen. Verschiedene Trigger, verschiedene Sounds, um dich gut durch die Adventszeit, gut und vor allen Dingen entspannt, entspannt durch die Adventszeit zu bringen. Und ich persönlich wünsche dir jetzt viel Spaß mit meinem Video und wünsche dir von ganzem Herzen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, viel Glück, viel Gesundheit und darauf, dass das nächste Jahr für uns alle ein besseres Jahr wird. Und ansonsten fühle ich gedrückt und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich habe mir für diesen Adventskalender gedacht, ich lese eine kurze Geschichte vor und male dazu passend ein Bild. Und da ich nicht sehr kreativ bin und nicht sehr gut malen kann, hatte mein Freund die Skizze gemalt. Also das, ja eigentlich das Bild gemalt. Und ich darf es nun ausmalen. Ich habe Glück, dass ich jemanden im Haus habe, der malen kann. Sonst wäre ich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Denn, ähm, die Geschichte, die ich heute gerne vorlesen möchte, ist die Sterntale. Und, ja, ich glaube, die Geschichte ist ziemlich bekannt. Dann fange ich auch gleich mal an. Und ich wünsche viel Spaß. Wenn die Geschichte vorbei ist, werde ich einfach noch weitermalen, bis das Bild fertig ist. Und hoffe, du kannst dich wunderbar dabei entspannen und vielleicht sogar ein bisschen einschlafen. Die Sterntale. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach. Es friert mich so an meinem Kopf. Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen und Fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat es eins, da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in den Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und vor lauter, harte, blanke Thaler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war von allerfeinsten Lennen. Und dann, da sammelte es sich die Thaler hinein und war reich für sein Lebtag. Ja, das war die Geschichte, die Sterntaler. Und ich finde die Moral an der Geschichte so schön, dass, ja, alles kommt zurück. Karma. Und, ja, wenn du Gutes tust, kommt auch Gutes zu dir zurück. Da bin ich der festen Überzeugung. Ja, in diesem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Und dann, ja, alles gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.